Volle Konzentration, das Ziel fest im Blick. Sportschütze Christian Reitz vom SV Griftel in seinem Element. Die Scheiben sind 25 Meter entfernt und mit je zwei Durchgängen A30 Schuss wird der Wettkampf bestritten. Bei der Waffe wird nichts dem Zufall überlassen. So wird der Griff beispielsweise für den Schützen individuell angepasst. Die Disziplin von Christian Reitz so einfach wie kompliziert. Fünf Scheiben, fünf Schuss pro Durchgang. Das Ziel dreht sich zum Schützen und dieser hat je nach Durchgang acht, sechs oder vier Sekunden Zeit für alle fünf Schuss. Dann drehen sich die Scheiben wieder weg. Der größte Erfolg des gebürtigen Löbauers im östlichen Sachsen ist die Olympische Bronzenmedaille von Peking. Christian Reitz also heute zu Gast bei uns bei Profis persönlich. Du bist ja sehr erfolgreich mit dem Schießen. Wir haben es eben in einem Spieler schon gesehen. Wie hast du denn überhaupt mit dem Schießen angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Ja, bei mir war es eigentlich ein glücklicher Zufall gewesen. Ich bin damals mit meiner Schulklasse, als ich zehn Jahre alt war, hatten wir einen Wandertag gemacht. Und nach dem Wandertag den Heimverein besucht, PSG zu Löber, wo ich angefangen habe dann später. Und dort durften wir halt eben unter Anleitung mal testen, mal ein bisschen probieren und die, die dann halt wollten, konnten natürlich gern bleiben. Ich habe es probiert, ich habe es dann angefangen und bin seitdem beim Schießen hängen geblieben. Wie alt warst du da, als du angefangen hast? Mit zehn Jahren. Zehn Jahren. War damals schon als Zehnjähriger klar, ich bin ein bisschen besser als die anderen oder ich bin da erfolgreicher, ich treffe mehr? Ja, mein Trainer oder mein damaliger Trainer, der hat schon gesagt, ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus und da könnte mal was werden. Und ich habe dann eigentlich auch relativ schnell das Ziel gesetzt, deutsche Meisterschaft sollte nicht unbedingt das Ende für mich sein. Ich wollte dann schon gerne ein bisschen so Richtung Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Aber ob das jetzt am Anfang gleich klar war, dass das mal klappt, weiß ich nicht. Aber es hat sich dann relativ schnell so entwickelt, dass es dann so in die richtige Richtung geht. Was macht für dich den Reiz der Sportart aus? Ja, es ist eigentlich vergleichbar mit anderen Sportarten. Man versucht sich halt selbst an sein Maximum zu bringen und halt in sportlichen Wettkämpfen sich mit anderen zu messen. Und dementsprechend ist halt eben der Reiz einfach, sich selbst ans Maximum zu bringen, immer besser zu werden, seine Technik immer mehr zu stabilisieren und dann halt eben unter Wettkampfdruck bestmögliches Resultat. Und klar, in Abhängigkeit, wie war der Gegner, halt eben sich dementsprechend zu messen. Du bist hier nach Hessen gekommen, unter anderem auch aus Berufsgründen. Du bist bei der Polizei, da aber gar nicht an der Waffe, sondern am Computer. Ja, genau. Also durch die Ausbildung bin ich nach Hessen gekommen 2005 bei der Sportfördergruppe der hessischen Bereitschaftspolizei. Und ja, man hat, ich habe auch nach der Ausbildung erstmal so ein bisschen in Richtung Waffen, Munition, was getestet, aber war halt nicht, doch nicht so auf die Zeit nicht so das Richtige für mich. Und mein Zweitwunsch war gewesen Computer, Computerkriminalität, Computerauswertung. Und da bin ich geblieben oder bin ich derzeit, ich bleibe jetzt auch erstmal dabei und sehe auch aktuell keinen Grund, da wegzugehen. Olympische Spiele in Peking, warst du mit dabei, damals 20 Jahre, glaube ich. Was ist es, die Olympischen Spiele? Ist es mehr das ganze Flair oder ist auch der Wettkampf ein anderer? Das Drumherum ist was anderes, der Wettkampf an sich ist was anderes, auch wenn man eigentlich immer davon ausgeht, jeder Wettkampf ist der gleiche und man versucht immer das gleiche zu machen, aber man kriegt es halt trotzdem mit. Das ist halt einfach von der Atmosphäre was anderes, vom Publikum was anderes. Die Unterbringung normalerweise im Hotel, da halt im kompletten Dorf nur für Sportler und dementsprechend alles im Gesamtpaket macht halt die Olympischen Spiele aus.